Ich bin Michel, technischer Außendienstfirma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unsere Viertelzoll Torsions-Bitbox vorstellen. Die Bitbox besteht aus 32 Teilen. Wir haben zum einen unsere Viertelzoll-Bitknarre, die sich durch eine sehr kompakte Bauweise auszeichnet. Einmal in der Länge, aber insbesondere in der Kopfhöhe. Das heißt, besonders geeignet für sehr beengte Platzverhältnisse. Was auch interessant ist, dass wir hier das Ganze mit einer Feinverzahnung versehen haben. Wir haben 72 Zähne. Beim Ansetzen auch interessant, dass am Kopf eine Rändelung ist. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal das Ganze von Hand ansetzen. Ist auch umschaltbar. Zusätzlich haben wir für unsere Bits die Möglichkeit, das Ganze direkt in die Rätsche zu setzen oder über unseren magnetischen Schnellwechsel-Bit-Adapter. Den kann man zum einen im Zusammenhang mit der Rätsche als Verlängerung benutzen. Genauso kann ich das aber im Zusammenhang mit einem Elektroschrauber benutzen. Das Innovative an unserem magnetischen Schnellwechsel-Bit-Halter ist die Arretierung. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal so ein Bit einsetzen, einmal magnetisch, ich setze den rein, bis er arretiert. Das heißt, ich kriege den hier nicht raus. Ich habe aber trotzdem die Stärke eines klassischen Bit-Halters. Was wir hier auch noch haben, ist ein Adapter für klassische Stecknüsse. Das heißt, ich kann unsere Rätsche hier nehmen, mache den klassischen Adapter rein und bin jetzt hier auch von der Stärke deutlich niedriger als eine klassische Viertelzoll-Rätsche. Was auch noch innovativ ist, sind die Bits selber. Ich habe es vorher schon angesprochen. Das sind Torsions-Power-Bits. Die zeichnen sich aus, dass sie durch Verdrehen Drehmomentspitzen abfedern können und tragen damit zu einer deutlich längeren Lebensdauer bei. Und so können wir das Ganze sowohl handbetätigt nutzen, als auch für Elektrowerkzeuge. Die Bitbox selber zeichnet sich aus durch eine sehr hochwertige Verarbeitung und, gerade wenn man mit Elektroschraubern arbeitet, sehr hilfreich einen Gürtel-Cliphalter.